Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo! Und wir spielen heute Schiffe versenken. Und warte mal, bist du schon im blauen Team? Und ich bin im roten Team. Oh, wie cool. Oh, das stimmt. Das ist richtig, richtig nice. Und Kater, weißt du was? Was denn? Ich werde dein Schiff sofort versenken. Nein, nein, nein. Und schau mal, hier haben wir sogar noch eine Karte. Richtig, richtig cool. Wir können uns hier aussuchen, wo wir spielen wollen. Oh, lass uns bitte am Strand spielen, okay? Oh ja, das ist eine sehr gute Idee. Und guck mal, Kater, hier können wir auf jeden Fall unser Team auswählen. Hier können wir noch einstellen, wie lange eine Runde geht. Und hier können wir tatsächlich starten. Okay, dann würde ich sagen, wir setzen die Segel und zack. Oh, oh, es geht gleich los. Das ist so cool. Wir können jetzt erstmal unser Bötchen bauen und dann können wir uns gegenseitig wegschnetzeln. Oh, aber ich habe gar nicht mal so viel neuer Wolle. Wie machst du das? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber mein Schiffchen wird richtig cool sein. So und so und so. Und Kater, du musst richtig doll aufpassen, dass du gleich nicht einfach ins Wasser plumpst. Oh, stimmt. Oh nein, oh nein, oh nein. Okay, warte mal. Oh, man kann nichts abbauen? Oh, doch, du hast eine Spitzhacke. Ah, stimmt. Sorry. Und zack. So und so und so. Und warte mal. Was baust du? Also bis jetzt habe ich eine große Fläche. Ich glaube, das ist nicht ganz so gut. Nee. Und warte mal, ich habe eine sehr gute Idee. Du musst natürlich auch gucken, wo du die Kanonen hinsetzt. Dass du in alle Richtungen schießen kannst, ist auch sehr wichtig. Oh, stimmt. Gut, dass du es sagst. Und warte mal, hier ist noch Holz. Dann setze ich mal hier eine Kanone hin. Und hier und hier. So, Moment mal. Ich habe vier Kanonen gesetzt. Und jetzt werde ich die richtig hohe Wände bauen. Und ganz wichtig, Kater, du musst auch den Schatz setzen. Wenn du irgendwie ins Wasser plumpst, dann respawnst du dort wieder. Oh, das ist eine sehr gute Idee. Okay, warte mal. Hier mache ich noch meine Mauern höher. So, so, so. Und dann muss ich noch den Schatz setzen. Ich bin so gespannt, wie dein Schiffchen aussieht. Und warte mal. Die haben auch Diamantblöcke. Ich glaube, die sind besonders stabil. Also, ich habe nur Redstone-Blöcke, aber ich glaube, die sind auch richtig gut. Oh, sehr nice. So, zack und zack und zack. Okay, das ist alles schon mal sehr sicher. Dann werde ich meinen Schatz hier hinstellen. Und Moment mal. Wo stelle ich denn mein Steuerrad hin? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, oh. Bei mir sieht das alles noch nicht so ganz aus wie so ein, naja, Schiff vom Ace-Design. Meins sieht auch richtig lustig aus. Ach, Mann. Dann kommt das hier hin. Und Moment mal. Wir haben noch 60 Sekunden Zeit, Kater. Oh, oh. Dann würde ich sagen, ich mache hier oben noch eine Kanone hin. So vielleicht und so. Und ich muss meinen Schatz richtig gut schützen, dass die liebe Kater ihn auf keinen Fall kaputt macht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So und so. Und Moment mal. Wie dick ist denn dein Boot? Mein Boot sieht richtig komisch aus. Mein Boot ist gar kein richtiges Boot, glaube ich. Oh nein. So, zack, 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 zack. Oh, Kater, wir haben noch 30 Sekunden Zeit. Oh, oh. Oh, oh. Wie meins aussieht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, Kater. Ach, ich weiß nicht. Mein Boot fährt, glaube ich, nicht so gut insgesamt. Mein Boot fährt, glaube ich, gar nicht, um ehrlich zu sein. Was? Oh nein. Fang an. Noch 8 Sekunden. Es geht gleich los. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich werde dich wegschnetzeln, Kater. Mein Boot hat gar kein Dach. Meins auch nicht. Oh Gott. Oh, okay. Jetzt fängt es an. Und warte mal. Was muss ich denn überhaupt hier machen? Ich bin mir nicht ganz sicher, Kater. Ich glaube, du musst dich erst mal ins Steuerrad setzen. Und damit kannst du losfahren. Oh, stimmt. Ich kann ja wirklich fahren. Moment mal. Mein Boot kann ja kaputt gehen. Moment mal. Bist du irgendwo gegengedotzt? Dezent. Oh, oh. Ich kann auch nicht mehr fahren. Mein Steuerrad ist weg. Oh nein. Moment mal. Du hast dein Bötchen kaputt gemacht? Oh, oh. Ach, Mann. Ich sehe dich gar nicht, Kater. Ich suche dich gerade hier die ganze Zeit. Oh, oh. Dein Schatz ist untergegangen. Oh, ja. Ja, ich hänge hier fest, um echt zu sein. Kater. Ach, Mann. Moment mal. Wo bist du denn, bitteschön? Ich sehe dich hier ganz und gar nicht. Ich fahre hier weiter. So und so und so. Oh, warte mal. Hallo. Kater, was ist denn hier los? Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Wie soll ich dich denn jetzt hier bitteschön treffen? Ey. Falsche Richtung. Ich habe keine Kanonenkugel mehr. Ja, Moment mal. Ich muss jetzt zu dir fahren und nicht entern. Oh, nein. Da kommt er. Oh, Gott. Und zack. Hallo. Oh, nein. Oh, oh, wir haben den Crash. Ah, ach. Ich schnetzel dich weg. Ich schnetzel dich weg. Aua. Das Schiffchen geht kaputt. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Aua. Das bin doch ich. Ich bin hier in deinem Boot drin. Hey, was machst du denn da? Du hast mich weggeschnetzelt. Und du hast gewonnen. Ich habe gewonnen mit einem kaputten Boot. Ach, Mann. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal zu vielleicht dem Meer. Wir gehen jetzt genau auf den Meer spielen. Das wird cool. Und zack. Oh, ja. Und Kater, weißt du was? Ich mache diesmal alles anders. Und du? Ich werde ein richtig stabiles Bötchen bauen, dass es auf keinen Fall kaputt geht. Ja, ich auch. Oh, warte mal. Bin mir nicht ganz sicher. Ich werde es so bauen. Und mein Bötchen wird richtig viele Kanonen in eine Richtung haben. Oh, meins auch. Hey, das war meine Idee. Nuh, nuh. Du, Kater. Ach, Mann. Mein Bötchen sieht richtig lustig aus. Und das wird richtig doll sicher sein. Vor allem auch mein Schatz. So, dass der bloß nicht kaputt geht. Oh, ja. Mein Schatz darf auch nicht kaputt gehen. Und so. Das passt so. Hm, ja. Das ist schon mal sehr gut. Hier sind die ganzen Kanonen und jetzt muss ich hier das Bötchen noch sicherer machen. So, ich baue drumherum ein bisschen mehr Wände auch, damit mein Schiff nicht mehr noch gleich so kaputt geht. Oh, das stimmt. Ich habe ein bisschen Angst vor dir, muss ich sagen. Oh, oh. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, naja, wie man Kanonenkugeln aufsammelt. Ich glaube, du musst einfach drüber fahren, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Oh, Gott. Es fängt gleich an. Ich muss noch mein Steuerrad setzen und mein Tischlein und mein Stühlein. Moment mal. Ich habe die Diamanten komplett vergessen. Nein, 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 Moment mal. Ich will die Diamanten noch setzen. Oh, nein. Oh, Gott. Nein, 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 nein. Oh, ich habe die komplett vergessen, Katja. Und zack. So. Ich bin bereit. Ich bin auch bereit und ich werde dich wegschätzeln. Okay, Moment mal. Mein Sichtfeld ist wirklich ein bisschen eingeschränkt, merke ich gerade. Oh, oh. So und so. Okay, ich muss sagen, mein Schiffchen ist insgesamt... Oh, bist du da? Ich sehe dich nämlich nicht. Hallo? Hallo? Du warst direkt hinter mir. Ich habe mich so doll erschrocken. Echt jetzt? Oh, oh. Oh, Attacke. Oh, nein, 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 nein. Ja, wo bist du? Ich bin runtergeblumst. Hilfe. Oh, Gott. Moment mal. Hallo, Katja. Na? Hey, hör auf. Schießen bitte. Ich habe drüber geschossen. Oh, Gott. Ich ranne dich. Nein. Katja. Nein. Ich bin bei dir drin. Ich bin bei dir drin. Oh, ich muss den Schatz abbauen. Ich muss den Schatz abbauen. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Ja. Ich bin hier respawnt. Katja. Ich bin in deinem Boot. Ich bin in meinem Schatz drin. Hilfe. Oh, hallo. Ich muss den Schatz abbauen. Nein, nein, nein. Du bist weggeschnetzelt. Nein. Katja. Nein, nein, nein. Oh, mein Schatz. Moment mal. Hey, was soll denn das? Ich kann dich gar nicht wegschnetzeln. Wir werden immer wieder respawnt. Vor allen Dingen ist mein Steuerrad kaputt. Ich kann ja auch gar nicht mehr wegfahren. Oh, Gott. Ich kann aber wegfahren. Tschüss. Ich kann... Ich... Oh, ja. Tschüss, Katja. Bye, bye. Ich bin auf deinem Boot drauf. Das weißt du, oder? Hey, was machst du denn da? Ich entführe dich jetzt. Tschüss, Katja. Bye, bye. Nein, mein Boot. Mein Boot. Ich wollte auch zu meinem Boot. Das nächste Mal muss ich alles... Oh, das ist eine Bombe. Das ist eine Kanotkugel. Nein, du hast sie. Ja, was soll ich denn jetzt damit machen? Fahre mich mal wieder zu meinem Boot, bitte. Ach, das lässt mich auch haben. Nein, nein, nein. Ähm. Du bist ins Wasser geplumpst. Oh, Gott, oh, Gott. Ich bin wieder bei mir. Oh, Gott. Umdrehen, umdrehen, umdrehen. Tschüss. Oh, nein. Ja. Katja. Was soll das denn? Ich hab dich getroffen. Oh, mein. Und Kanonenkugeln für mich. Oh, Katja. Was denn? Ich hab drei Kanonenkugeln. Ich geh einfach wegfahren. Nein, 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 nein. Doch. Stehen bleiben, bitte. Ich seh hier halt überhaupt nichts. Wo bist du? Das ist die liebe Katja. So. Ich seh hier gar nichts. So, bitte geradeaus fallen, Katja. Nö. Ich dreh mich im Kreis. Und Feuer. Und. Was? Ich hab nicht getroffen. Ich seh hier halt überhaupt nichts. Ach, Mann. Oh, nein. Moment mal. Und ein bisschen drehen. Und. Oh, oh. Da ist die liebe Katja. Und. Wo bist du? Drehen, drehen, drehen. Und. Noch mehr drehen. Nicht mehr drehen. So. Ist hier eine Kugel? Ich seh dich. Hallo. Nein. Das ist so knapp. Das war so knapp tatsächlich. Das war echt knapp. Aber ist hier irgendwo noch eine. Da hinten. Und. Nein. Das ist so knapp gewesen. Ach, Mann. Ich hätte dich fast weggeschnetzelt. Tschüss. Ich fahr jetzt wohin. Ja. So. Achtung. Stehenbleiben. So. So. Und. Und. Ah, Tacke. Ah, Katja. Und jetzt einfach drauf. Katja, Mann. Oh, Gott. Weg mit dir. So. Ich brauch jetzt unbedingt Kanonenkugeln, damit ich dich weggeschnetzeln kann. Yo. Bleib mal stehen. Hallo. Oh, Gott. Was? Was? Oh, mein Boot. Die Kanonen schießen, wenn du willst. Okay. So machen wir es. Dann würde ich sagen, wir setzen wieder die Segel. Und ich bin sehr gespannt, wie unser Bötchen zusammen aussehen wird. Oh, das stimmt. Ah, hallo. Haben wir jetzt nicht auch die doppelten Blöcke? Oh, das stimmt. Wir haben richtig viele Blöcke. Und warte mal. Hast du auch Kanonen? Äh, ja, klar. Oh, dann haben wir insgesamt zehn Kanonen. Das ist richtig cool. Okay, warte mal. Wie wollen wir das Bötchen dann aufbauen? Nicht zu groß, nicht zu klein. Ich habe ein bisschen Angst vor ihm. Er schaut schon ein bisschen gruselig aus. Warte, warte. Wir machen es auf jeden Fall so, dass der Schatz auf jeden Fall... Hm, warte. Hier steht... Ja, und ich mache es hier ein bisschen höher, dass wir von hier oben steuern können. Da haben wir nämlich eine richtig gute, naja, Aussicht. Wir gehen einfach noch ganz viel Schutz drumrum machen, okay? Oh, ja. Okay, warte mal. Ich mache so eine kleine Treppe, so. Hm, dann mache ich hier oben auch ein bisschen Schutz hin. So und so. Oh, sehr cool. Unser Bötchen ist richtig, richtig nice, tatsächlich. Oh, da hast du recht. Aber ich bin auch wirklich so gespannt, wie das Bötchen von ihm aussehen wird. Oh, oh, so und so. Alle Blöcke platzieren. Dann kommen hier noch welche hin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Unser Schiffchen ist ja so riesig, tatsächlich. Oh, stimmt. Und Start. Sehr nice. Oh, ja. Warte mal. Willst du an die Kanonen gehen oder willst du steuern? Ich gehe an die Kanonen, okay? Oh, ja. Okay, Moment mal. Dann gebe ich dir erstmal meine Kanonenkugel. Und bitte schön, die liegt da unten. Äh, danke. Warte. Wo ist sie hin? Moment mal. Da ist er. Warum ist seine... Warum ist seine... Warum ist seine... Sein Schiff ist super. Oh Gott, er kommt zu uns. Er sieht uns. Tschüss. Tschüss. Oh Gott, oh Gott. Wir müssen hier weg. Er ist so schnell. Dagegen ist unser Bündchen richtig, richtig, naja, nicht so hübsch. Oh, das stimmt. Moment mal. Siehst du schon eine Kanonenkugel? Rechts, 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 rechts. Oh, rechts. Ja, und warte, warte. Warte, ein bisschen langsamer, sonst fall ich runter. Ich fall runter, ich fall runter. Ah. So, und bitte aufsammeln. Eine hab ich und hier rechts ist nochmal eine. Oh ja, so, und... Oh, Moment mal. Das sind Pfeile. Und da sind noch mehr Kanonenkugeln. Und... Der ist direkt neben uns. Warte, warte. Oh Gott, oh Gott. Okay, du musst ein bisschen nach rechts und dann ein bisschen langsamer. Nicht so viel fahren dann. Und jetzt schießen, schießen. Oh Gott. Oh, das war so knapp. Und? Jetzt. Nein. Und? Oh, Moment mal. Und? Die war sehr gut. Ja, wir haben richtig gut Damage gemacht. Was ist denn hier los? Oh, Hilfe. Ach, Mann. Moment mal. Hast du noch Kanonenkugeln? Nein, leider nicht. Okay, okay. Moment mal. Da sind welche. Oh, warte mal. Da ist ein Bogen. Ich kann ihn abfeilen. So, warte mal. Und geradeaus, geradeaus weiterfahren. Das sind zwei Sachen noch. Rechts, ein bisschen weiter. Rechts, 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 rechts. Oh, ich sehe es, ich sehe es. Und hier lang. Oh, hoffentlich wieder Kanonenkugeln. Und? Moment mal. Oh, ja. Sehr gut. Und Kanonenkugeln. Und? Und? Und noch mehr Kanonenkugeln. Und? Bitteschön. Oh, wie cool. Oh, der ist neben uns. Der ist neben uns. Und? Warte, geradeaus ein bisschen weiter nach links. Noch ein bisschen. Und jetzt? Nein. Und? Oh, der schießt auch auf uns. Und der hat uns getroffen. Der hat uns noch mal getroffen. Kater, ich sitze im Keller. Nein. Komm, wo ich hier sitze. Warte, ich kann ihn abfeilen, aber wir sind dafür zu schnell. Da schießt jemand auf uns. Das war ich. Oh, okay. Moment mal. Nach rechts, nach rechts. Da ist er. Gar nicht so. Lass, die Kugel. Das ist eine fantastische Kanonenkugel. Nein, das war zu schnell. Warum fast so schnell? Nicht so schnell fahren. Gar nicht fahren am besten. Warte, hier ist die Kugel. Nein, ja. Ach, sie ist weg. Ich gehe jetzt einfach irgendwie. Oh, ich kann sein Bötchen auch einfach abfeilen. So, ich gehe. Hilfe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich bin in seinem Bötchen. Oh Gott. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, hast du eine Kanonenkugel? Ja, habe ich. Okay, warte. Umdrehen, umdrehen, umdrehen. Und? Nochmal mehr umdrehen. Hilfe, es geht nicht. Guck dir mal unser Bötchen an. Die hintere Hälfte fehlt und ich drehe mich direkt zu dem Kreis. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und? Okay, aber nein, nein, nein. Noch näher, noch näher. Noch, noch näher. Jetzt. Ja. Sehr gut, Moment mal. Was setzt er? Du hast, glaube ich, seinen Schatz zerstört. Oh, sehr gut. Oh, da ist er. Da ist er. Du musst ihn weg, Schnetzel. Schnetzel ihn weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und? Hinterher. Ich kann ihn nicht treffen. Und? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte mal. Ist da noch eine Kanonenkugel? Moment mal. Da rechts vielleicht. Ja. Und? Ab eine. Okay. Da ist er wieder. Und? 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 Nein, 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 nein. Wir müssen genau vor ihm sein. Und? Ihr Stellstärche? Jetzt. Oh, nein. Das war so knapp. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Moment mal. Ist da noch eine Kanonenkugel? Links, 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 links. Genau, links, 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 scharfe rechts, links, Kurve. Links. Links. Das geht nicht, Kat. Das geht nicht. So, zack, 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 gut. Oh, sehr gut. Moment mal. Wir haben gewonnen. Sehr, sehr nice. Das war echt lustig. Aber wir haben gewonnen. Wie cool ist das denn? Oh, das stimmt. Du hast richtig gut mit der Kanone geschossen, Katja. Danke, aber du hast auch richtig gut gefahren. Oh, danke schön. Das macht wirklich so viel Spaß, Schiffe versenken. Das ist wirklich so, so, so cool. So, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.